Der Vorteil ist, dass du sogar einen Metafon-Video war nicht an ihr Leben. Ja, so ist es, ja. Man muss es mal positiv sehen. Dürfte ich Sie aufs Video nehmen? Ja, gerne. Ich möchte es nicht nachher sehen. Aber gerne will ich auch nie. Ich gehöre dazu, deswegen. Es ist in Ordnung. Aber es ist schön, dass Sie mich vorher fragen. Vor zwei Wochen hat eine Dame ein Foto von uns gemacht. Von der Crew in Shanghai. Und manchen Kollegen war es nicht so recht. Die hat leider nicht vorher gefragt. Ich finde es immer schön, wenn man vorher gefragt wird. Klar, man ist natürlich in Uniform auch, ja, das finde ich irgendwie normal. Aber trotzdem ist man ja auch noch ein Mensch, der auch noch Rechte am Foto hat. Selbstverständlich. Ich hätte es absolut respektiert, wenn Sie das nicht wollten. Ja, mir war es egal. Über den zwei Kollegen war es jetzt überhaupt nicht so recht. Anyway. So, ich habe Ihnen die Vorspeise mitgebracht. Wir haben einen schönen Salat mit getrockneten Tomaten, Höhnchen und Parmesan. Der erste junge Spargel mit einem Zitronendressing. Eine kleine Schinken-Auswahl. Unter anderem mit Prager Lorbeerschinken. Und unser falsches Bachtel-Ei mit dem Lachsmuss. Das sieht alles fantastisch aus. Wirklich. Also, ich kann zunächst Nein sagen. Ja? Gebe ich Ihnen das da schon mal so zum Probieren. Salat auch noch dazu? Gerne doch, sehr gerne. Ich habe ein Sherry-Dressing und ein Thousand Islands Dressing. Und noch etwas Brot dazu? Vorläufig nicht, danke. Meine Frau ist glücklich. So, jetzt müssen wir essen. Wir hatten zwei Portionen Kaviar.